so let's play nummer 2 und zwar super bomber man 2 immer noch natürlich mit meinem partner in crime aber auch nicht na toll ich kann schon wieder kommen wegen der störung jetzt okay ich habe es rausgekommen keine ahnung was ich werde es jetzt rausfinden ja ich habe eine gelegt ich bin unten ach jetzt habe ich den platten rausgefunden so nachdem ich gehandicapten gestartet habe, zog ich sie jetzt alle ab ach so du bist schwarz? ja ich bin immer schwarz das ist alter wir waren bis jetzt okay ja ich lasse ihn erst mal jetzt sehen hier ich danke euch warum hat er so geläuchtet? war so wegen dem tot mal gesehen oh ja jetzt ist ja bomben ja jetzt ist ja bomben wenn jemand weiß wie man bomben wirft genau dann schreibt mir eine mail ihr kriegt einen keks vielleicht kann man mal mit einer fetisch sprechen ja mal mit einer fetisch ja das ist wie wir Zuschauer wissen wie die Kicks sind vielleicht schon oh der ist ja nicht gestorben hey kann man aufhören hier die poppen zu werfen das ist ja unmöglich ist ja nicht gestorben ist aber in 1.000 ja ich habe ihn eingesperrt ja ich habe ihn eingesperrt ich habe keine bomben treten wenn andere bomben in der nähe sind okay noch eine dann habe ich das das ist ja der ist gewohnt vom love giant nicht wahr? love giant ah klar sorry ich trete mal hier ich sag dazu mal nix l to the mother fo g bitch warte mal durchscht ja genau das ist schwarz ok warum willst du zu mir? nö ich bist du einsam? kennst du den alten Klospruch einsamer sucht einsam mit zum einsamen? der fang das scheint nicht oh hier hier und da diese stücke bombe kann ich mal wieder so gute eigens bekommen? oh ein gesperrt oh ein gesperrt wie? oh bitte nicht bitte nicht bitte nicht bitte nicht danke oh 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 nein nicht oh Gott ok alles gut oh 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 dankeschön blau blau hat nicht gerettet oh 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 bin ich dumm mann go blue mit deiner ember ai oh ok ok du hast doch so ne ember ai oh ja der ja der wirft schon wieder bomben er ist ungeworfen oh fuck ok aber jetzt ist die Situation jetzt hau ich das raus man ok 2 0 0 1 geschüttelt nicht gerett ich bin ne ember weise blau äh weiß ich bin ne ember weise blau äh weiß ich bin ne ember weise blau äh weiß ja ja genau so aber hab ich nur noch eine bombe ich hab schon drei ich hab schon drei ne ne so feuerpower sehr gut o ha ha doch grau großartig hook hast ne ma usb wo ist grad aus o jetzt hab ich mich eh Oh nein, doch, nein, doch. Ja, ich hab mich gesperrt. Hä, wo bin ich? Du bist tot. Glaub ich. Nein, du bist... Ah, okay. Oh, komm, das hab' ich. Ja. Oh, jetzt geht die erste Runde an den älteren G. Okay, jetzt der 2. Da waren natürlich nicht alle durch, weil das sind einige. Ja, echt? Okay. Machen wir mal so 5 Stations. Runde 1!